Das Video, was ihr gleich seht, das ist vor rund drei Wochen gedreht worden und es sollte in drei Wochen gesendet werden. Doch wir ziehen es vor aufgrund einer Aktualität, die wir selbst so nicht abschätzen konnten. Eigentlich sollte das ein Sonntagsvideo werden, eine Nutzerfrage im XXL-Format, die uns Stefan per E-Mail geschickt hatte. Er fragte sich, wie sieht es eigentlich aus, wenn ein IS-Kämpfer wie Bagdadi einfach so von den USA getötet wird, ohne Gerichtsverfahren? Wie sieht es aus, wenn Osama Bin Laden noch unter der Aufsicht von Barack Obama getötet wird und dann auch noch applaudiert wird von Angela Merkel? Bei Bagdadi hat Angela Merkel nicht applaudiert. Dürfen Staaten gezielt Terroristen töten? Und jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen. Das habt ihr auch mitbekommen. In den sozialen Netzwerken ist gar von einem möglichen dritten Weltkrieg die Rede, weil Donald Trump den iranischen General Soleimani hat gezielt töten lassen und zwar auf irakischem Boden mit einer US-Drohne. Wir glauben nicht, dass ein dritter Weltkrieg bevorsteht, auch wenn die Lage ernst ist. Aber die Frage, ob die USA und auch sonstige Staaten jetzt einfach so dahergehen können und ohne Gerichtsverfahren Menschen töten können, womöglich noch auf dem Territorium eines fremden Staates, die ist sehr relevant. Und deswegen möchten wir sie an dieser Stelle vorziehen und früher beantworten als eigentlich geplant. Bitte schön. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal einen schönen Sonntag mit einem Abo für diesen Kanal. Ach nee, das Abo wünsche ich mir, nicht euch. Könnt ihr ja mal draufklicken. Im XXL-Format beantworten wir sonntags immer eure Nutzerfragen und die Nutzerfrage, die uns der Stefan gestellt hat, die hat es wirklich in sich. Eigentlich ist es eine ganz einfache Nutzerfrage. Er fragt, wieso können eigentlich die USA überall auf der Welt Terroristen so ohne weiteres töten und erschießen? Und tatsächlich gibt es diese gezielten Tötungen, vor allen Dingen nach dem Anschlag auf die World Trade Center seit 2001. Und die heißen dort Targeted Killing. Vor allen Dingen die USA und Israel, die töten ziemlich gezielt. Und es sind insgesamt, das fand ich auch ziemlich krass, in den letzten zehn Jahren 3000 bis 3500 Menschen gezielt getötet worden. Das läuft dann oft so, dass die Geheimdienste irgendjemanden auswendig gemacht haben, der ein Terrorist sein soll. Und dann wird da oftmals eine Drohne hingeschickt oder ein Special Forces und die Drohne oder die Special Forces können den dann entsprechend erschießen. Als Osama Bin Laden getötet worden ist, war Obama live dabei. Und auch Trump war happy, als sich Abu Bakr al-Baghdadi in die Luft gesprengt hat, wobei da unklar ist, ob er gezielt getötet worden ist. Es sah wohl so aus, als wenn er sich sozusagen in so einen Tunnel verkochen hat und da dann selbst gesprengt hat. Manche US-Sanatoren sagen sogar, bis zu 4700 Tötungen gab es in den letzten zehn Jahren. Also da gehen die Zahlen so ein bisschen auseinander. Sie gehen deswegen auseinander, weil man zwar ein bisschen was weiß über die Tötungen, aber die Operationen sind meistens geheim. Und da liegt schon ein bisschen der Knackpunkt. Es ist nämlich niemand so richtig politisch für diese Tötungen verantwortlich. Und die parlamentarische Kontrolle ist eher schleppend. Also wenn man sieht, wie ein Gerichtsverfahren beispielsweise in Deutschland abläuft, mit Beweisfindung und so weiter, das passiert hier natürlich überhaupt nicht. Da kommt ein Helikopter oder eine Drohne, sieht den Terroristen, schießt den ab. Und er hat ehrlicherweise relativ wenig Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Insofern haben wir Deutschen schon länger gesagt, wir verfolgen keine Politik der gezielten Tötungen. Es gab es mal Wolfgang Schäuble, der sich im Jahr 2007 noch damals als Innenminister für diese Taktik aussprach. Aber Bundesminister, Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat 2012 gesagt, auf keinen Fall wird sich Deutschland an extra legalen Tötungen beteiligen. Und im Koalitionsvertrag von 2013 und 2018 steht drin, Völkerrechtswidrige Tötungen lehnen wir kategorisch ab. Das war auch im Zusammenhang mit der Einführung von Drohnentötungen immer mal wieder Diskussion. Aber wir Deutschen geben Informationen an die USA weiter. Inwiefern wir Deutschen uns dann trotzdem an den Tötungen beteiligen, werden wir jetzt später im weiteren Verlauf noch sehen. Angela Merkel hatte damals noch beglückwünscht den Osama Bin Laden Kill, also sie hat den Obama beglückwünscht, als Osama Bin Laden getötet worden ist. Aber diesmal hat sie sich zurückgehalten, hat aber auch kein negatives Statement abgegeben. Ob man Leute in Anführungsstrichen willkürlich töten kann, das ist im Einzelfall zu schauen. Zunächst mal haben wir Artikel 6 des UN-Zivilpakts, also United Nations, das ist die Staatengemeinschaft, die hat gesagt, in Artikel 6, also sehr weit vorne in ihrem Zivilpakt, jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben, dieses Recht ist gesetzlich zu schützen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden. Willkürlich ist hier das Stichwort. Und alles dreht sich rund um das Wort willkürlich. Was ist willkürlich des Lebens berauben? Da muss man unterscheiden. Erstmal in Friedenszeiten gilt der internationale Menschenrechtsschutz. Der wird allerdings erheblich außer Kraft gesetzt, wenn man sich in Kriegszeiten befindet. Da sagen die United Nations, sie sprechen von einem bewaffneten Konflikt. In Kriegszeiten gilt nicht mehr das internationale Menschenrechtsschutz, sondern das humanitäre Völkerrecht. Da geht es nur noch um so einen Grundschutz, weil man schon anerkennt, wenn Krieg ist, werden eben Menschen getötet. Und im humanitären Völkerrecht, das heißt bei bewaffneten Konflikten, kann es schon sein, dass man Aufständische tötet oder dass man auch innerhalb eines Landes sich tötet, wenn ein bewaffneter Konflikt innerhalb eines Landes, ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Da wird auch von den United Nations akzeptiert, dass man gezielte Tötungen durchführt. Im bewaffneten Konflikt ist die Tötung von Angehörigen der Konfliktparteien nach dem humanitären Völkerrecht zulässig, aber mit bestimmten Einschränkungen versehen. So sind zum Beispiel Bewunderte und Personen, die sich ergeben, geschützt. Also wenn man sich ergibt in einem Krieg, dann ist man geschützt nach dem humanitären Völkerrecht. Da darf man nicht erschossen werden. Da gibt es also nochmal Regeln selbst für Kriege. Kämpft man weiter, kann man erschossen werden. Befindet man sich allerdings nicht in so einem bewaffneten Konflikt, gibt es nur ganz wenige Ausnahmesituationen, in denen jemand gezielt getötet werden kann. Zum Beispiel, wenn die schwerwiegende Gefahr besteht, dass Menschenleben bedroht sind. Das ist zum Beispiel bei einem Bankraub oder bei einer Geiselnahme der Fall. Also da gibt es auch in Deutschland die Möglichkeit, dass die Polizei als letztes Mittel, das nennt man den finalen Rettungsschuss, abgibt und nur durch den Tod eines Menschen, nämlich des Geiselnehmers, verhindert, dass noch mehr Menschen sterben. Also bei bewaffneten Konflikten ist das alles möglich. Aber jetzt wird es schwierig. Bei nicht bewaffneten Konflikten gelten eben die Menschenrechte. Wenn wir uns sozusagen in Friedenszeiten befinden. Und da geht es eben darum, dass man zuvorderst jemanden nur handlungsunfähig machen soll und gezielte Tötungen nicht rechtmäßig sind. Das hat im Jahre 2010 der damalige UN-Sonderberichterstatter gesagt, damals zu Drohnen, da die Tötung, anders als im bewaffneten Konflikten, niemals alleiniges Ziel eines Einsatzes sein darf. Also in Friedenszeiten darf man nicht nur als Ziel haben, ich töte jemanden. Man kann sich auch fragen, warum töten die USA überhaupt die Terroristen? Warum schnappen die nicht? Weil es meistens wohl zu gefährlich ist, die zu schnappen. Ja, dann ist natürlich die große Frage, wie rechtfertigen die USA ihre gezielten Tötungen, wenn doch außerhalb von Kriegszeiten eine gezielte Tötung nicht erlaubt ist, nach dem internationalen Menschenrecht. Die USA sagen, wir befinden uns aber im Kriegszustand und weil wir uns im Kriegszustand befinden, können wir uns auf die Regeln für bewaffnete Konflikte berufen und auf das humanitäre Völkerrecht. Wieso glauben die USA, sie wären im Kriegszustand? Nun, es gab die Anschläge vom 11. September und da wurde Artikel 51 der UN-Charta erweitert. Normalerweise steht in § 51 der UN-Charta drin, dass man ein Selbstverteidigungsrecht bei einem militärischen Angriff eines anderen Staates hat. Also wer angegriffen wird, kann sich verteidigen. Das sagt die Staatengemeinschaft. Aber kurz nach dem 11. September hat der UN-Sicherheitsrat die Resolution 1368 verabschiedet. Ich würde mal gerne wissen, ob er das nachher noch bereut hat. Denn da steht drin, dass der Geltungsbereich des Selbstverteidigungsrechts erweitert werden kann. Nun kann auch ein terroristischer Anschlag durch private Akteure, wie zum Beispiel Al-Qaida, Osama Bin Laden, als bewaffneter Angriff gewertet werden. Und dann hat man auch ein Selbstverteidigungsrecht. Und vor allen Dingen den NATO-Bündnisfall. Alle NATO-Partner mussten dann ja auch helfen, weil man gesagt hat, hier ist ein NATO-Mitglied die USA angegriffen worden und jetzt müssen wir alle was tun. Deswegen war auch Deutschland zumindest mit Airwax-Aufklärungsflugzeugen mit drin. Ich weiß nicht, ob es auch da war. Aber wir sind normalerweise dann mit Aufklärungsflugzeugen am Start. Und wir waren ja auch insbesondere in Afghanistan unterwegs. Also da gab es ja schon Truppeneinsätze der Deutschen und immer wird das dann mit dem Bündnisfall begründet. Wir sagen, naja, es gibt einen Angriff, einen bewaffneten Angriff auf die USA. Das gibt es aber alles erst seit dem 11. September. Früher musste ein Staat den anderen angreifen. Dann hat man gesagt, jetzt haben wir einen Krieg. Jetzt kann es auch Krieg geben, wenn Terroristen einen Staat angreifen. Und das ist natürlich von den USA eiskalt ausgenutzt worden. Die sagen, na gut, wir sind jetzt ja natürlich immer noch im Krieg. Da flitzen ja immer noch Feinde der USA rum. Und das Verrückte ist, die flitzen ja nicht nur auf dem Boden der USA rum, sondern überall auf der Welt. Und deswegen sagen die USA, wir können uns jetzt unter Berufung auf Artikel 51 der UN-Charta überall auf der Welt verteidigen. Der oberste Gerichtshof der USA, der musste noch nicht zu gezielten Tötungen bislang Stellung nehmen. Deswegen weiß man auch gar nicht, ob die USA sich wirklich in der Art und Weise immer auf das Recht berufen können. Schwierig ist natürlich, dass dann die USA ja willkürlich sagen können, ja, Krieg, alles Terroristen. Und man sozusagen räumlich völlig unbegrenzt auf der Welt hier sein Selbstverteidigungsrecht geltend machen kann. Insgesamt gibt es ja ein Gewaltverbot auf der Welt. Das ist sozusagen die zentrale Grundlage unserer gesamten Weltordnung, unseres Zusammenlebens. Und das wird massiv eingeschränkt. Und dadurch glauben jetzt die USA, sie können sich überall selbst verteidigen. Insbesondere der Begriff Terrorismus ist ja auch sehr schwammig. Wann überhaupt ist ein Terrorakt gegen die USA verübt worden? Ist der islamische Staat, sind das Terroristen bezogen auf die USA? Können die die überall jagen? Man weiß es nicht so genau. Klare Regeln fehlen hier. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage. Wann, wenn das jetzt eine Menschenrechtsverletzung ist, was natürlich die Menschenrechtler sagen. Die sagen, es funktioniert nicht, dass man einfach so rumfliegt durch die Welt und Leute abschießt. Wenn das doch eine Menschenrechtsverletzung ist, wann leistet dann ein Staat wie Deutschland Beihilfe zu so einer Menschenrechtsverletzung? Immerhin, die Deutschen führen ja keine gezielten Tötungen selbst durch. Das kann man ja schon mal noch lobend erwähnen. Aber wir geben den USA natürlich Informationen weiter. Und da könnte man natürlich auch schon sagen, wenn wir sagen, wo die Terroristen sind, die getötet worden sind, dann helfen wir unmittelbar dabei, dass man eben Terroristen auch gezielt tötet. Insofern hat das Deutsche Institut für Menschenrechte in 2014 schon dazu aufgefordert, dass sich Deutschland nicht gezielt an diesen gezielten Tötungen beteiligen sollte. Und sei es nur durch Weitergabe von Informationen, die beispielsweise unsere Aufklärungsflugzeuge weitergeben. Ja, also, lieber, wer hat die Frage gestellt? Stefan, das waren Nutzerfragen XXL, wie sie in Buche stehen. Wenn du uns belohnen möchtest und ihr anderen auch, wenn das Video euch gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da. Kurzes Fazit von mir. Gezielte Tötungen sind problematisch. Sie klappen insbesondere im Kriegsfall. Und die USA, sagen wir, sind quasi im Kriegsfall. Denn nach Artikel 51 der UN-Charta sieht man auch Terrorismusangriffe als Kriegsfall an, gegen die man sich dann wieder verteidigen kann. Und das sehen die USA jetzt mittlerweile schon seit 18 Jahren so. Seit 18 Jahren sind sie dann in verschiedenen Ländern unterwegs, Jagen-Terroristen, die sie als Feinde betrachten, ohne dass man das so richtig gut kontrolliert bekäme durch die Gerichte. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Ich hoffe, die anderen hatten auch Spaß daran. Wenn ihr noch mehr Spaß haben wollt, dann schaut auch noch bei diesen Videos vorbei. Die könnten euch auch noch interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag. Genießt die Zeit, geht auch mal raus an die frische Luft. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.